Ein Lächeln für das Publikum. In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag wurde die Miss Kassel 2012 gewählt. Zehn Teilnehmerinnen stellten sich der sechsköpfigen männlichen Jury. Die Bewerberinnen präsentierten sich in einem Partyoutfit und in Bademode. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit der Startnummer 8 ging die 20-jährige Mona Lauterbach ins Rennen. Die auszubildende Kauffrau für Bürokommunikation holte sich den Titel der Miss Kassel 2012. x3 8 5 8 10 9 10